hallo und herzlich willkommen liebe freunde und auch salvetes spektatores zu einem weiteren teil von let's play medival 2 total war mit mir dem tante genau bekannt als günter scherl und wir sind zurück mit dem mächtigen heiligen römischen reich ja und ich glaube hier sollten wir mal was ausbauen da zumindest noch ein paar garnisons einheiten reinstellen und du wolltest dich da oben in toledo aufstellen ich muss sagen ich überspringe jetzt heute so ein bisschen das was man im letzten mal gemacht haben erzählt das jetzt gar nicht großartig tatsächlich gar nicht wahnsinnig viel zeit heute ja ja lauf mal weiter das ist ja da kommt eben wird es mir doch noch angezeigt ich habe mich verausgabt ja total hast du dich verausgabt nach ok jawohl kaiser ich bin unterwegs ich fahre morgen fort ja dann kann man jetzt ja doch darunter segeln aber die neue welt kann ich noch nicht entdecken glaube ich noch ein bisschen crazy sollten wir auf jeden fall noch tun für heute gehe ich nicht mehr weiter es ist ja kaiser nimmt den da ist an oder lass mich in ruhe eure befehle kaiser das da das läuft ja alles hier läuft auch alles ich guckte auch nur so ein bisschen zerschmetter mal niemanden ja wir bauen gleich unsere ihr müsst mit uns um diese wasser kämpfen okay gut ich glaube mit dem typen kämpfe ich gern ja mein kaiser greifen an ein sieg für das reich mhm okay eure befehle kaiser ja flotte bereit ok also wir greifen da nur an wenn da eine garnison drauf ist ansonsten braucht man das glaube ich echt nicht da komm dann setz mal hier eine markierung da drauf dass ich da weiß dass wir da angreifen wollten du läufst hier hin ich glaube das da ist ein gefecht das muss ich selber machen ja greife die feinde des reiches an mhm formiert euch männer oh da sind übrigens da sehe ich ein paar kätzer rumlaufen machen wir gleich ich würde gern bei besserem wetter kämpfen ich würde gern bei besserem wetter kämpfen danke ja also immer daran denken bei diesen witterungsverhältnissen ihr habt keine vorteile dadurch das sind reine k.i.p.s ja ja ihr könnt schon rennen das ist schon in ordnung aber wir werden den ohnehin nicht bauernbogen schützen andere schützen mit glitz und was sind das andere sind sergeant sperrträger ja wir laufen hier in den wald und greifen ihn von dort aus an der stellt sich halt defensiv hier oben auf diesem hügel auf laufen wir da hinten den hügel hoch sind alle müde die sollten halt nun nicht völlig erschöpft sein wenn wir da ankommen und vielleicht bauen wir auch noch mal ein bisschen vielleicht brauchen wir auch noch mal ein bisschen ausdauer auf ja gut wenn er sich da unten aufstellt das ist ja für uns ist es ja gut na ja ich schneide mal gerade ein bisschen raus bis wir angekommen sind bis es hier los geht ne so es geht weiter wir gehen jetzt wir gehen jetzt wir sind nur noch erwärmt und rennen jetzt sind sie wieder außer atem okay alles klar dann macht das mal jetzt ein bisschen langsamer so jetzt könnt ihr auch direkt rennen und zwar rennt am besten direkt mal hier hin unser general ist der langsamste kerl überhaupt aber das ist ja ein phänomen das kennt ihr aus medieval die einheiten sind halt schon sehr behäbig ne insbesondere wie man hier sehr gut sehen kann wenn halt teile unserer einheiten hier auch noch durch den general durch rennen so unser general hat bereits die einheiten aufgerieben gut gut also wir haben hier den general in einer für uns günstigen situation erwischt wir lassen die bogenschützen noch einen moment davon laufen wenn wir jetzt auch den general noch hier in die zange nehmen wollen wir sind das noch okay das ist so gut wie in existent als einheit und kümmern wir uns jetzt hier unten um die bogenschützen das ist natürlich jetzt clever hier auf ähm brandpfeile umzusteigen aber ich glaube wenn unsere reiter jetzt ankommen dann hat er dann nicht mehr viel lust die kämpfen tatsächlich bergauf sehr sehr beharrlich und seine folge da sind auch noch ziemlich happy genau machen wir ein bisschen mehr druck hier mach mal ein bisschen mehr druck komm die bauernbogen schützen sehr gut dafür flüchtet jetzt eine unserer einheiten aber seine einheit scheint jetzt auch hier zu flüchten oder weiß es nicht könnte ich jetzt gerade so nicht richtig sehen doch nicht die schlacht läuft gut für das reich bleibt stark der will jetzt hier unsere fliehenden einheiten aufreiben das schenken wir ihm hier denn unser general ist jetzt auch wieder da lass mal direkt hier in deine tröte komm hier rüber jetzt dumm dass die beide flüchten hier rum ja ja nicht hier anhalten kommt mach druck auf seinen general kommt ok wenn du es nicht machst dann ja jetzt macht das nachdem er mir erstmal noch hier einen schönen charge gelassen hat gut die kommen wieder sehr gut jawohl mein herr wir haben ein feind wir haben die feindliche armee unser general gefallen ne der gegnerische general das reich hat seine überlegenheit durch diesen sieg bestätigt ja endlich sieg kaiser immer ein bisschen unnötig sich um sowas kümmern zu müssen aber ja das da führt halt kein weg dran vorbei ja ja bauern wacht um hier hin und lauf nach prag zurück genug marschiert für heute ja mein kaiser wir fassen die truppen hier direkt zusammen ja heiliger kaiser ja heiliger kaiser ok versuch den einmal der euch beleidigt kaiser verratet mir den namen des ziels ich fahre morgen jetzt stehen die da alle nebeneinander und kommen nicht zum zug er wird morgen ein toter mann sein ja bin unterwegs mhm hier hab ich schon alle bewegt ne ja 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 ich bin diener gottes bin unter kaiser kein problem ja heiliger kaiser in gottes nah seid gegrüßt kaiser 96% katholisch Natürlich, 48%, 28%, okay. Ah ja, und den hatten wir auch noch, ne? Den darf ich aber angreifen, denn der steht auf meinem Territorium, nicht wahr? Ich kann ihn nur so nicht angreifen. Aber ich stelle ihn mal hier hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18 werden das, ne? Er hat 12 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19, 20, 20, 20. Ja, schauen wir mal, ob es noch mit einem, ob es klappt, wenn wir mit einem Deutschschwetter angreifen. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Puh, ich stehe direkt nebendran. Perfekt. Äh, nee, nee, das mach mal bitte selbst. Wir ernähren uns den Feinden des Reiches. Dieser Tag soll der... Der Feind, da ringt die Oberhand! Ja, ja. Einheiten! Alles gut. Wo ist er da? Okay. Aber abhauen kann er jetzt nicht mehr, das ist perfekt. Ich hatte halt gehofft, ich kann ihn schon direkt zu Anfang erreichen. Die Schlacht wendet sich zugunsten des Reichs! Das ist korrekt. So. Okay. So, wir stellen mal gerade die Truppe hier auf. So, dass das jetzt regnet, ist tatsächlich nicht so schlimm. Einheiten! Einheiten! Schneller! Schneller! Einheiten! Schneller! Einheiten! Schneller! ja das war ein bisschen arg schnell hier und edelmänner aber das sind nur die bauern unsere männer werden angegriffen wir müssen etwas tun einmal die deutschschritte daraus gerade unsere männer gewinnen die schlacht wenn wir so weitermachen ist der sieg unser ja 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 Das war's für heute. Das ist so dämlich, dass die halt Panzerbrechen sind, ne? Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas tun. Kommen wir bitte mit den Sergeants daraus. Ja, das ist genau der Scheiß. Okay, immerhin unsere... Oh, shit. Der Kameradreh... Ich habe gerade so ein bisschen den falschen Fuß erwischt. Ich schieße in die Lücke rein. Der Feind hat... Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Die abgesessenen Edelmänner, ne? Du musst mal da raus. Der General von ihm reitet einfach weiter. Einfach durch. Das ist krass, wie der schon hier so ziemlich die komplette Front aufgerieben hat, ne? Ich meine, gut. Wir haben jetzt auch nicht wirklich, äh... Wir haben jetzt auch nicht wirklich gute Truppen da stehen gehabt. Ein feindlicher General wurde von den Truppen unseres Reiches gefangen. Ähm... Ja, wir haben jetzt nicht wirklich hochwertige Truppen da gehabt, ne? Muss man auch sagen, ne? Also, ich meine halt... Seht, wie unser feiger Feind rennt! Zeig den Angriff voranzutreiben! Ein Haufen billige Söldner, Sperrkämpfer und so, ne? Das ist jetzt also tatsächlich nicht, äh... Ja, das ist jetzt tatsächlich halt nicht die Chromklasse, ne? Warte mal, lauft ihr mal so... Oh ja, wichtig doch bestimmt noch, oder? Da ist echt noch irgendwo ne Einheit, die da rumläuft? Ich muss hier irgendwo sein. Ganz nah. Ah, da. Und sich gut versteckt, der Typ. Aber den erwischen wir nicht mehr. Wir haben ganz gut fehlen gelassen gegen die, ähm, gegen die Infanterie, ne? Ich hoffe, der Feind... Oh, cool, ja, gerne. Wenn man eine Stunde nämlich natürlich mit, ne? Ich hab mir mal hier zum Günter dazu. Die Augen des Reichs. Die Augen des Reichs speichern erst mal wieder. Ich bin unterwegs. Verratet mir den Namen des Ziels. Schnell. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ja? Marschiere. Wir machen da keine halben Sachen. Wir marschieren einfach, äh, wir marschieren einfach da stumpf weiter, ne? Weil... Also, ich meine... Wie will der uns sonst aufhalten, ne? Das ist eine Armbrust schützen, wie die jetzt, ne? Geh auf niedrig mit dem Störsatz. Das reicht ja dann hier. Ach, das ist ein Anführer, vielleicht schaffen wir den. Wow. Ich... Haha, mit dem russischen Anführer getötet. Er wird morgen ein toter Mann sein. Aber... Hey, auf mein Dimitri. Schnell und leise. Ich bleibe bis zum Morgen hier. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Du wirst nächste Runde befördert werden. Du weißt es nur noch nicht. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Ich raste hier für die Nacht. Er wird morgen ein toter... Ja, die Augen des Reichs. Witzig. Äh, witzig. Ah, das wird alles ganz, ganz super doll und dufte irgendwie gar nicht so nett. Okay. Ja, heiliger Kaiser. Ah, ja, stimmt. Genau, der hat diese berittenen Armbrustschützen mitgenommen. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ihr wünscht... Mach noch... Mach noch... Mach noch drei von den Burschens und dann kannst du loslegen. Er ist eine Hexe. Fürchtet euch nicht vor dem Unerklärten. Was soll das überhaupt sein, das Unerklärte? Meint sie das Unerklärliche? Attentäter zur Stelle, Kaiser. Dann packt er mal eine Schlange ins Bett. Also keine einäugige Hosenschlange, sondern so eine Korallenschlange oder sowas. Ähm... Ja, bin unterwegs. Verratet mir den Namen des Ziels. Hauptmann Reinusio. Was ist das Ziel des Reiches? Aaaaaah! Ach ja, genau, stimmt. Ähm... Das ist übrigens ganz witzig. Da hat mich ein Zuschauer drauf hingewiesen. Ähm... Und zwar... Man kann bei... Medieval... Die Namen umändern. Geben wir mal gerade einen Moment. Er hat mir das gesagt, dass das geht. Und jetzt bin ich natürlich da. Da klickt ihr rein. Guckt mal. Und dann könnt ihr Londinium machen. Geht ohne Mod. Witzig, ne? Wusstet ihr das schon? Ich wusste es noch nicht. Ich sage nochmal vielen Dank. Günter der Gerechte. Günter der Gerechte. Fühlt sich nicht geschätzt. Ja, mein Kaiser. Ja, mein Kaiser. Errichte einen Wachposten. Weil er jetzt will ich kommandieren darf? Oder... Warum fühlst du dich nicht geschätzt? Greift an oder lasst mich in Ruhe. Eure Befehle, Kaiser. Günter der Gerechte. Ja, Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Flotte bereit. Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht wollte ich ihn wirklich da mit... Da ist eine ägyptische Flotte. Okay. Vielleicht wollte ich ihn ja wirklich irgendwie mit da drauf nehmen. Aufs Boot. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ja, ich weiß nicht. Der bringt mir hier ja nicht viel, ne? Mach mal hin. Vielleicht können wir den auch noch irgendwie hier an der... An der Küste da einsammeln. Und du hast diese Truppen um, ähm... Ja, Kaiser. Warum eigentlich? Ihr habt die falsche Flotte gewählt. Ja, Flotte bereit. Ach, das ist der Papst. Okay. Kurs gesetzt, Kaiser. Vor allem mal hier hin. Da sind dann doch vielleicht noch mögliche Feinde unterwegs, ne? Seid gegrüßt, Kaiser. 99% katholischen, also. Eure Befehle, Kaiser. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ja, stell mir bitte hier nochmal einen Wachtturm hin. Ja, mein Kaiser. Errichte einen Wachposten. Wenn wir da schon dabei sind, ne? Ja, ist okay. Die Augen des Reichs. Seid still, ich nähere mich an. Hm. Ja. 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 Ja, Bilde die mal fort. Wir rekrutieren hier jetzt mal noch ein paar Einheiten, ne? Ja, Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Wir brauchen hier nur Infanterie. Ja, Flotte bereit. Ja, Kaiser. Hast du ja mehr mit rübergenommen? Ja, Kaiser. Kurs gesetzt, Kaiser. Ihr wünscht? Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, Flotte bereit. Ihr wünscht? Wir rekrutieren noch ne Einheit, Bauern. Eure Befehle, Kaiser. So rum machen wir das. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Dann kannst du wieder hier hin. Und du kannst hier hin. Volle Segel. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ah ja, deswegen bist du hier, okay. Befehle, Kaiser. Lass den mal noch raus. Und lass den mal irgendwie raus gerade. Und den. Kaiser. Ja. Befehle, Kaiser. Kaiser. Ja, Kaiser. Der hat mehr Bewegungsreichweite. Vereine nun verstreitkräfte, Kaiser. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Teilen die Truppen, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Marschir. Ja. Vereinen die Armeen, Kaiser. Fürchtet unseren Aufmarsch, Feinde des Reiches. Schade. Äh, ja. Ja, ja. Das Reich wird seine Rache schon noch bekommen. Jetzt chill. Ja. Okay. Noch einen Bauern. Äh, Bauernbogen schützen. Reicht das? Äh. Äh, ja, ja. Ja, nur Verräter fliehen. Ja, ich, äh. Ich meine, klar. Ja, wir können jetzt, äh, das Ding irgendwie so händig auswürfeln, ne, aber... Ihr wünscht? Ja. Vereinen und fürchtet unseren Aufmarsch, Feinde des Reiches. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Mhm. Nun sind sie verloren, Kaiser. Wir sind... Ah, shame, ey. Ihr seid nicht, wer in Schlechtfremder. Okay, das kriegen die also auf gar keinen Fall hin. Hm. Was ich halt nur nicht so ganz verstehe, ist, womit wir da denn die Mauer verteidigen. Mit den Azaps? Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Verbinden die Truppen. Okay, Leute. Lasst mich mal kurz... ... ... ... ... 30 Minuten ist eigentlich zu lang jetzt, ne? Wir werden keinen der Fremden verschonen. Okay, pass mal auf. Wir versuchen es mal gerade... Wir versuchen es jetzt nochmal... ... ... ... ... ... ... Angemessenen Zeit noch hinzubekommen, ja? Die Ansprache hören wir uns an und dann schneide ich ein bisschen was raus. Die Pflicht ruft mich her. Trotz der vielen erlittenen Wunden und Narben, die ich trage. Die Pflicht am Reich und an euch, meine tapferen Soldaten. Ich will euch zum Sieg führen, so Gott es will. Unsere Feinde heute sind Meister der Grausamkeit. Zweifellos wollen diese Türken uns alle foltern. Doch diese Narren glauben, sie könnten gegen den Stahl in einer deutschen Faust bestehen. Narren, doch gefährliche Narren. Und wir denken besser daran, wenn wir uns ihnen stellen. Mit Gottes Gnade werden wir heute ein Viertel der feindlichen Armee fällen. Mut soll unsere Losung sein, die ihre Verzweiflung. Verzweiflung. Und zuletzt sagte ich dem feindlichen Gen... Maria und Josef, es ist das ganze Bier weg. Wer, wer hat das gesoffen? Alter! Äh, saubere Ansprache. Ey, Leute, es ist zu episch. Okay. Ähm... Ja, ich glaube, hier anzugreifen ist am besten. Äh, und zwar... Hier. Und den Rest einmal bitte so aufstellen. Und zwar, die Bogenschützen stellen wir ganz nach vorne. Und die hier, die stellen wir ein bisschen weiter hinten auf. So, Hintergrund von der Nummer ist... Äh, Autofeuer ist hier aus. Na, okay. Also der Hintergrund von der Nummer ist, dass er... Oh, die haben langen Strecken-Fernkampfwaffen? Dass, falls er mit der Artillerie auf uns schießt... Äh, die haben auch langen Strecken-Fernkampfangriff. Äh, 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 äh... Da haben wir doch aufgeschossen, ne? Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln! Wir haben ein Loch in die feindliche Mauer geschlagen! Ja, das ist doch perfekt! Klingt hindurch und vernichtet den Feind! So, wir können hier noch die Mauer wegschießen. Wir können auch jetzt hier einen der Türme attackieren. Äh, äh, ja, da muss ich das vielleicht doch nicht alles rausschnibbeln, ne? Ich meine, er hat ja... Er hat echt super wenig Infanterie, ne? Also ich meine, er hat Arti und so Zeug, ne? Was ist denn das da? Das sind diese Speerwerfer wahrscheinlich, ne? Osmanische Infanterie. Und die kann ballern. Und was sind das hier? Das sind die afghanischen Speerwerfer. Okay. Okay. Brauchen wir noch ein Loch in der Mauer? Schließ mal den... Wobei, warte mal, den Turm, den nehme ich ein, ne? Wenn wir da oben sind, ne? Komm, pass auch mal mal das. Lolls. Lolls. unsere männer werden angegriffen wir müssen etwas tun ja wie zum beispiel die hier jetzt in die mangel nehmen gut für das reich bleibt stark und der feind wird besiegt werden war hierhin und du kommst bitte auch noch mit rein wir sind durch die mauern des feindes in die bresche auf zu rom und triumph die sind um platz unsere männer werden angegriffen wir müssen etwas tun noch das mal aus hier rein was mal die katapulte dahinten an unsere männer werden angegriffen wir müssen etwas tun okay aber der turm ist jetzt da unnerstag mal die leibwächter an der feind hat die hälfte seiner armee verloren ja allerdings auch bald unsere männer werden angegriffen wir müssen etwas tun unsere männer gewinnen die schlacht wenn wir so weitermachen ist der sieg unser der typ hat echt unfassbar viel munition ich meine guck mal der ist ja immer noch am ballern so die art ist aufgeriebene fernkampfkavallerie ok komm mal hier hin zurück ja dann gab es jetzt an krass wieder mit seinen Leibwächtern hier getankt hat, ne? Oder immer noch tankt, ne? Um genauer zu sein. Ich meine, schaut mal, der steht noch da, der hat noch Bock. Da kannst du den hier mal angreifen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Hm. Oh nein, unsere Jungs werden auf der Mauer schlafen, oder? Hm. Oh nein, wir müssen uns auf der Mauer schlafen. UNSERE MÄNNER WERDEN ANGEGRÄFFEN! Wir müssen sofort handeln! UNSERE MÄNNER GEWINNEN DIE SCHLACHT! WENN WIR SO WEITER MACHEN, IST DER SIEG UNSER! 12 MINUTEN, SO! Kannst du die noch jetzt platt machen? UNSERE SOLDATEN HABEN DIE MAUERN DES FEINDES EINGENOMMEN! Letzte Register, ne? Oh Gott, die flüchten jetzt! Krass, ne? Da hat er noch zwei Blattschüsse gebracht! Eiskalt! Eiskalt! Die komplette Inf in die Flucht geschlagen hier! Oh nein, die flüchten jetzt! Jetzt haben wir eine Massenpanik hier! Nein! Ja, das ist halt eben, ja... Das ist halt, das ist halt natürlich genau das Ding, wenn ich hier da auf dreifacher Geschwindigkeit spiele, dann passiert halt so ein Mist, ne? Okay, komm hier hin! Wir machen weg! Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen etwas tun! Die Schlacht läuft gut für das Reich! Bleibt stark! Und der Feind wird besiegt werden! Der kämpft dann nur noch mit den, äh, mit der Katapult, äh, Einheit, ne? Was ist bitte auf die Livewächter? Abdrücken! Abdrücken! Wir gehen weiter! Abdrücken! Unsere Männer haben einen sarrazinischen General getötet! Schickt seine Männer zurück in die Wüste! Abdrücken! Schickt seine Massen! Die Schlacht läuft gut für das Reich! Bleibt stark! Und der Feind wird besiegt werden! Gepriesen sei Gott! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Stadt erlangt! Komm her! das reich hat seine überlegenheit durch diesen sieg bestätigt sorry keine schöne schlacht aber wenn der autoresolve nicht geht manuell regeln übrigens hier auch wieder sehr gut gesehen dass dann gewisse gebäude halt eben verschwinden was mir die einheiten trotzdem mal zusammen so für einen attentäter brauchen wir noch mit dem agenten laufen wir erreichen die siedlung auf jeden fall nicht so schnell wie ein schatten ich muss mich hier ausruhen ja dann läufst du bitte hier runter mein kaiser ja kaiser mein kaiser gerne mein kaiser die augen des reichs so fahrt mit euch ungläubiger ey 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 easy jungen easy bro und ich hoffe ja immer noch hier auf der brücke angegriffen zu werden ok ich glaube ich glaube wir sind aber ansonsten mit der mit dem part hier soweit fertig müssen wir eigentlich auch mal noch ein general rüber schicken um die einheiten da abzuholen schön ok ich glaube das war es wir sehen uns im nächsten part wieder bis dann sage ich erstmal macht's gut und pack's vor bis kommen valete und an ich ich Vielen Dank.